Bad Surzach Bad Surzach ist Hauptort des Bezirks Zurzibit und liegt im Kanton Aargau in der Schweiz, der Ort liegt am Rheinübergang nach Rheinheim, d. Hintergrund der Ort war bereits in prähistorischer Zeit besiedelt, die Bezeichnung Tenedo stammt aus keltischer Zeit. Unter dem Römern gewann der Rheinübergang an Bedeutung, nach dem Fall des Limes wurde die Siedlung am Rheingrenzort an der Nordgrenze des Römischen Reichs und demzufolge im 4. J.D.T. mit römischen Kastellen gesichert. Wenige Jahre nach dem Aufenthalt der heiligen Verena in Surzach im 4. J.D.T. wurde nach Abzug der römischen Truppen im Jahre 401 eine Kirche zu Ehren der Schutzpatronin gebaut, welche zum Wallfahrtsziel wurde, im 9. J.D.T. Ein Benediktinerkloster. 1415 wurde der Aargau und somit auch Surzach von den Eidgenossen erobert, die Messestadt gewann durch die Zollfreiheit des Marktflickens Surzach an Bedeutung, um das Stadtrecht bewarb sich der Ort wiederholt und erfolglos. Die Bedeutung als Wallfahrtsort ging nach der von Zürich ausgehenden Reformation zurück, die Bedeutung als Messerort blieb Surzach erhalten. 1876 wurde das Chorherrenstift S. Verena aufgelöst. Mit dem Bau der Eisenbahn Koblenz, Surzach, Eglisau, Winterthur und dem Bau der heutigen Brücke begann die Industrialisierung. 1914 entdeckte Salzvorkommen wurden von der Schweizer Sodafabrik ausgebeutet, dem Thermalwasservorkommen wurde wenig Bedeutung beigemessen. 1955 wurde das Thermalwasser erstmals angebohrt und genutzt, mit dem Aufstreben des Thermaltourismus 1964 das Turmhotel als Wahrzeichen von Surzach erbaut. 1973 eröffnete die Rheuma- und Rehabilitationsklinik und Surzach schaffte den Übergang vom Bäder-Tourismus zum modernen Wellnessmarkt, was sich 2006 in der Namensänderung von Surzach in Bad Surzach niederschlug. Mit der Bahn mit dem Regionalzug aus Baden der Stündlich fährt, und Werktags zusammen mit der verlängerten S41 zum Halbstundentakt verdichtet wird, oder mit der S41 von Winterthur über Bühlach, Eglisau nach Koblenz. Mit dem Bus von Bruck aus, gibt es eine direkte Postautoverbindung. Auf der Straße mit dem Auto über die Hauptstraße, die entlang des Rheins von Koblenz AG nach Glattfelden, Bühlach, führt. Mobilitätus besteht eine Gratis-Busverbindung vom Bahnhof zum Thermalbad. Sehenswürdigkeiten Der Marktplatz von Surzach, welches als sogenannt Marktflecken das Markt aber nie Stadtrechte erhielt. Das Ortszentrum ist umgeben von stattlichen Messehäusern, um welche bis 1855 die Messe von Surzach gehalten wurde. Das Verena Münster, die ehemalige Klosterkirche dient seit der Stiftsaufhebung 1876, als katholische Pfarrkirche. Obere Kirche Die spätgotische Marienkirche von 1517, dient seit 1944 als Konzert- und Ausstellungsraum. Seit 1997 ist in ihr eine permanente Ausstellung von Werken des Malers Bieter van de Köln. Die reformierte Kirche von 1716-17 ist einer der frühesten protestantischen Kirchenbauten vom Typus Querkirche in der Schweiz. Kirchlebuck auf den markanten Überresten eines spätrömischen Kastells wurde im späten 5. Jahrhundert eine Kirche erregtet. Die heutige Kirche mit dem Bilderzyklus über das Leben der heiligen Verena wurde um 1620 umgebaut. Schloss Bad Surzach in der im 19. J.H.D.T. erbauten ehemaligen Villa Himmelrück mit dem August-Deusser-Museum. Im Schlosspark sind Werke von Johann Ulrich Steiger zu sehen. Bezirksmuseum Höfli, ausgestellt sind Funde zur Geschichte von Surzach aus römischer Zeit bis zum Ende von Surzach als Messestandort. Salz-Bohrtürme, die 1916 errichteten und um 1970 stillgelegten Holzbohrtürme der Salinen von Surzach sind industrielle Zeugen der Salzgewinnung. Aktivitäten Surzach ist einer der möglichen Etappenorte, wenn man auf dem Hochrhein paddeln möchte. Es wurden Themenwege durch Bad Surzach eingerichtet worden, der Kunstweg, der Häuserweg, der Naturweg, der Waldweg, der Familien- und Spielweg, historische Wege. Besuch des jüdischen Kulturwegs zwischen den Synagogen in Lengnau und Endingen mit dem dazwischen liegenden jüdischen Friedhof. Bis ins 18. J.H.D.T. waren die beiden Dörfer Lengnau und Endingen, in der Nähe der Messestadt Surzach gelegen. Unterkunft Gesundheit Surzach verfügt über einen hausärztlichen Notfalldienst. Die den Thermen mit den Spaß angeschlossene Reha-Klinik Surzach wie auch die an die Schultes-Klinik angeschlossene Schultes-Klinik im Parkhotel sind Rehabilitationseinrichtungen für Patienten nach Spitalaufenthalt und haben keinen Leistungsauftrag für den öffentlichen Notfalldienst.